Von Steinberg gibt es mittlerweile einen ganzen Turm von UR-Audio-Interfaces. Aber für wen welches Interface das richtige ist, das erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. Das Music Talk Special wird präsentiert von Steinberg. Ob professionelles Recording, Mastering, Casual Recording auf dem iPad mit Cubase, Cubasis, Waveflip, Halion und Co. seid ihr immer bestens gerüstet. Informationen zu neuen Produkten, Tipps und Tricks und interessante User-Stories findet ihr auf der Steinberg-Webseite unter www.steinberg.net Herzlich Willkommen zu Music Talk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zu Music Talk Spezial. Ich bin Norton Eric und heute vergleiche ich für euch mal die UR-Interface-Serie von Steinberg. Von Steinberg gibt es diese wirklich opulente Serie von wirklich gelungenen Audio-Interfaces. Ich habe das UR-44, das ist hier das vorletzte Interface, ausgiebig für Music Talk getestet. Den Testbericht könnt ihr hier, wenn ihr auf diesen Link klickt, anschauen. Und das Erste, was einen natürlich beim Audio-Interface interessiert, sind die Ein- und Ausgänge. Und wie bei vielen Herstellern ist es nicht ganz so einfach, aufgrund der Bezeichnung oder den Namen des Interfaces herauszufinden, wie viele Ein- und Ausgänge das Interface denn hat. Und hier bin ich erstmal davon ausgegangen, ah, Steinberg wird sich gedacht haben, die erste Zahl des Interfaces gibt an, wie viele Mikrofon-Vorverstärker das Gerät hat. Und das haut auch hin, denn wir haben beim UR-12 einen Mikrofon-Vorverstärker, beim UR-22 2, beim UR-242 auch 2, das UR-44 hat 4 und das UR-8-24 richtig hat 8 Mikrofon-Vorverstärker. Das ist wichtig, wenn man Aufnahmen mit einem Mikrofon machen will, denn sonst hat man wirklich das Problem, an einem Line-Eingang habe ich zu wenig Pegel. Wer also Aufnahmen machen möchte mit einem kompletten Schlagzeug, das abgenommen ist, oder eine ganze Band, also immer dann, wenn viele, viele Innenmikrofone, also bis zu 8 zum Einsatz kommen sollen gleichzeitig, der kommt notwendigerweise am UR-8-24 einfach nicht vorbei. Das ist das einzige Interface mit 8 Mikrofon-Vorverstärker. Die nächste Zahl habe ich gemutmaßt, das wird die Menge an Outputs sein, stimmt auch, soweit jedenfalls. Das UR-12 hat einen Stereo-Ausgang, also zwei Outputs, das UR-22 auch, das UR-242 hat vier Ausgänge und das UR-44 auch, aber hier wird es schon ein bisschen doof, denn das UR-8-24 hat tatsächlich acht analoge Ausgänge. Stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, wer braucht denn überhaupt mehr als einen Stereo-Ausgang? Da fallen mir zwei Anwendungsbeispiele ein. Erstmal die Leute, die DJing machen mit dem Audio-Interface, die brauchen notwendigerweise immer zwei Abhörwege und auch beim Recording kann es sehr, sehr sinnvoll sein, noch einen zweiten getrennt, mischbaren und regelbaren Output für einen Instrumentalisten oder Sänger zur Verfügung zu stellen. Vor allem, wenn es zum Beispiel zwei sind, sodass jeder seinen eigenen Mix haben könnte. Da kommen wir nämlich auch schon gleich zum nächsten Ausstattungsfeature. Das sind nämlich die Kopfhörerausgänge. Da haben nämlich diese beiden Interfaces, das UR-44 und das UR-8-24, zwei getrennt regelbare Kopfhörerausgänge. Bei den Ausgängen ist es auch noch interessant, wenn ich hier acht Ausgänge habe an meinem UR-8-24, dann kann ich sowas machen wie analoges Summieren. Auch dafür brauche ich mehr Outputs. So, auf der Rückseite der Geräte möchte ich jetzt erstmal die Stromversorgung ansprechen. Alle Interfaces, und da kommen wir gleich zu, die über einen DSP-Chip mit Effekten verfügen, benötigen notwendigerweise ein Steckernetzteil, sonst ist da einfach zu wenig Power am Start. Das sind hier in diesem Fall das UR-8-24, das UR-242 und das UR-44. Die beiden oberen kleinen handlichen Interfaces, die lassen sich ohne separates Netzteil betreiben, ausschließlich über die Verbindung per USB. Das 12er hier oben lässt sich auch nochmal umschalten. Da kann man dann hier noch ein Micro-USB 5V DC Adapter anschließen. Was als nächstes auffällt, ist MIDI. MIDI hat ja so eine kleine Renaissance erfahren, mit den ganzen vielen neuen Hardware-Synthesizern, die dann über MIDI angesteuert werden. Von daher ist das schön, wenn das Audio-Interface auch über ein MIDI-Interface verfügt. Das ist beim UR-8-24 leider nicht der Fall, aber hier am UR-44 und am 242 und am 22 haben wir eine Standard-MIDI-Schnittstelle. Für alle Interfaces gibt es aktuelle Treiber für Mac und Windows und die Interfaces laufen auch am iPad bis auf das UR-22. Das UR-8-24 setzt sich natürlich für den Rest der Interfaces allein schon durch seine Größe ab und eben auch durch die vielfältigen Input- und Output-Optionen, die wir hinten auch noch finden. Denn es gibt zusätzlich zu den analogen Schnittstellen auch noch zwei ADAT-Schnittstellen. Das heißt also, ich kann hier eine ganze Menge von Audio-Streams verwalten und es gibt sogar noch die für den professionellen Bereich wichtige Word-Clock-Verbindung, um mehrere digitale Geräte zu synchronisieren. Von daher ist das UR-8-24 primär für den interessant, der nicht nur gelegentlich mehr Kanalaufnahmen mit Mikrofonen macht. Einziger Nachteil vielleicht, er braucht eventuell noch ein externes MIDI-Interface, aber dafür hat er all die Optionen, die man in einem professionellen Tonstudio benötigt. Schauen wir uns das nächste kleinere an. Das ist das UR-44. Hier USB-Anschluss, Class-Compliant-Mode muss hier umgeschaltet werden. Wir werden das nachher sehen. Die Effekte des Interfaces sind integriert in Cubase. Hier das schöne Media-Interface mit Input und Output. Hier haben wir ein Main-Out und hier sehen wir es schon, eben vier regelbare Line-Outputs, Das kann sehr, sehr sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel ein DJ ist und möchte einmal sein Mix vorhören und den anderen auf der fetten Diskothekenanlage abspielen. Hier haben wir dann noch mal zwei Inputs, Line-Inputs. Die kann man kombinieren mit den Inputs vorne. Kommen wir zum nächst kleineren Interface. Das ist das UR-242. Das unterscheidet sich zum UR-44 primär dadurch, dass es diesmal nur noch zwei Line-Outputs gibt. Damit haben wir jetzt schon mal zwei Interfaces in der Auswahl, die über mehr als ein Stereo-Output verfügen. Und das sind nur diese beiden. Und wer eben einen weiteren Ausspielweg braucht, entweder zum Monitoring für die Aufnahme oder zum Beispiel als DJ, der benötigt eins dieser beiden Interfaces. So, dann gehen wir eine Etage höher, kommen wir zum UR-22. Das hat jetzt tatsächlich nur noch zwei Inputs und zwei Outputs. Die beiden Inputs sind allerdings im Gegensatz zum, ich drehe das jetzt mal um, zum UR-12, jeweils zwei Mikrofonvorverstärker mit einer Kombibuchse. Kombibuchsen haben wir auch an diesen beiden Interfaces. Dort lässt sich dann sowohl ein XLR wie auch ein großer Klinkenstecker einführen. Damit bin ich in der Lage, hier beim UR-22 den zweiten Kanal umzuschalten auf Hi-Set und kann da direkt mit meinem Gitarrenkabel direkt aus der Gitarre hineingehen. Das ist hier auch möglich, allerdings zwangsläufig nur auf dem zweiten Kanal, denn nur für Kanal 1 ist tatsächlich auch ein Mikrofonvorverstärker verbaut. Und rückseitig ist auch das UR-12 das einzige Interface in der Serie, das nicht über große Klinkenausgänge, sondern über Kinch-Ausgänge für die beiden Line-Outputs verfügt. So, dann drehe ich das Ganze jetzt nochmal um, denn jetzt müssen wir uns wieder mit der Vorderseite beschäftigen und zwar mit dem nächsten wichtigen Unterscheidungsmerkmal dieser Interfaces. Denn nicht nur im Bereich der Inputs und Outputs und Anschlüsse unterscheiden sich die Interfaces von Steinberg, sondern auch in der Möglichkeit des Monitorings beziehungsweise Hardware-Monitoring mit und ohne DSP-Effekte. Was bedeutet das? DSP-Effekte, Hardware-Monitoring. Das ist nun mal leider so, dass wenn ich durch meine DAW, Q-Base, Studio One, was immer ihr benutzt, oder auch Logic, wenn ich da durchhöre, habe ich immer eine Verzögerung des Eingangssynchronals um den Audiobuffer, die sogenannten Latenzen. Und das kann tatsächlich, nee, das kann nicht, das ist tatsächlich schädlich für die Performance. Also ein Sänger, der sich mit verzögerem Kopfhörer hört oder ein Gitarrist, der seine Gitarre mit leichter Verzögerung hört, wird nie so gut und so präzise und ausdrucksstark spielen oder singen können, wie er das kann, wenn er sich ohne Verzögerung hört. Deswegen ist meiner Meinung nach immer Pflicht, das Signal, was ich aufnehme, ohne Verzögerung, also ohne Latenz, abhören zu können. Und alle Interfaces von Steinberg können das. Und wer ja gleich sehen wird, die untere mit DSP-Effekten haben da ein paar richtig gute Tricks am Start. Aber schauen wir uns erst mal das obere, die einfachste Art des Hardware-Monitorings an, die ist hier verwirklicht. Hier wird einfach die beiden Eingangssignale geroutet, auf den Output gelegt. Und das kann ich machen, indem ich hier diesen Schalter drücke. Das heißt also, alles, was hier vorne reingeht, über die Inputs, wird direkt ohne Umwege an den Output des Interfaces, ist ohne Verzögerung geleitet. Aber ich kann leider das Mischverhältnis zwischen dem Playback, was eventuell aus meiner DAW kommt, und dem Aufnahmesignal nicht regeln. Das geht wiederum am UR22. Hier ist Hardware-Monitoring über einen Drehregler verwirklicht. In diesem Fall, reines Hardware-Monitoring, wie es hier von Steinberg umgesetzt ist, beinhaltet natürlich keine Effekte. Das ist wirklich das pure Signal, was hier vorne reingeht, wird einfach nur auf den Output gelegt, ist im Falle des UR22 in der Lautstärke regelbar und bietet eben keine Effekte, kein Kompressor, kein EQ, das pure Signal. Was allerdings richtig, richtig geil und toll ist, ist die DSP-Effekte in den drei unteren Interfaces. Wenn ihr euch das, wie gesagt, mal im Detail noch mal genauer anschauen möchtet, ich habe ein UR44 ins Netz gestellt, findet ihr hier einfach draufklicken, da gibt es den etwas längeren Testbericht nur zum UR44. Hinzugekommen ist jetzt noch das UR242. Finde ich persönlich ganz besonders interessant, weil es noch ein klein bisschen kleiner ist, aber eben auch die Möglichkeit der DSP-Effekte bietet. DSP-Effekte bedeutet, im Interface selber ist ein Computerchip, der in Echtzeit Effekte berechnet. Und das kann dieser Chip im Interface viel, viel schneller und latenzfreier, als das eure DAW im Rechner kann. Und da hat Steinberg zum Beispiel einen hochwertigen Yamaha Hull-Effekt, einen Channelstrip, EQs und sogar noch ein kleines Gitarren- Amp-Plugin eingebaut. Das könnt ihr nutzen auf dem Computer und sogar auf dem iPad. Und das ist wirklich richtig geil. Da gibt es hier so eine kleine App, so eine Konsolen-Mischpult-App und die Effekte, die ihr hier benutzt, könnt ihr nicht nur auch auf dem iPad vorhören, sondern in jeder iPad-App auch mit aufnehmen. Und damit sind die Steinberg-Interfaces mit DSP-Chip tatsächlich die einzigen Audio-Interfaces, deren internen Effekte man auch zusammen mit dem iPad nutzen und sogar aufnehmen kann. Und diese Software läuft in ähnlicher Form natürlich auch auf Windows und Mac, sodass man die Effekte zum Recording und zum Hardware-Monitoring mit jeder beliebigen DAW auf dem Mac oder unter Windows nutzen kann. Wer allerdings Cubase benutzt, der sitzt mal wieder in der ersten Reihe, denn da gibt es speziell für Cubase eine direkte Integration. Das heißt, ihr braucht keine weitere Software starten, nichts machen. Die Hardware wird automatisch erkannt und dann habt ihr hier oben einen Reiter, den könnt ihr aufklappen, da steht Hardware und jetzt ist es möglich, den kompletten DSP-Chip hier zu steuern. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Channel-Strip aufzurufen, Equalizer und auch hier das Reverb Opulent zu editieren und dann nicht nur zum Vorhören zu nutzen, sondern auch in Cubase als Effekt aufzunehmen, so dass wir hier bei den Audio-Interfaces nochmal ein ganz entscheidendes Unterscheidungskriterium haben, nämlich den eingebauten DSP-Chip. Vier Instanzen der Plugins können hier auf den beiden Interfaces benutzt werden. Das UR824 bietet acht Instanzen also doppelte DSP-Leistung hier bei dem 824 und hier haben wir bei beiden Interfaces die gleiche DSP-Leistung und auch die gleichen Effekte. Also das unterscheidet sich hier tatsächlich bei den drei Interfaces ausschließlich in die Menge der Instanzen und da ist eben das 824 mit doppelter Leistung entsprechend leistungsfähiger. Fangen wir hier oben an. Das ist sicherlich das Interface, was für Leute geeignet ist, die wenig aufnehmen, die nur gelegentlich mal hier ein Mikrofon reinstecken, mal was reinsprechen, hier vielleicht ein Sinti aufnehmen wollen oder samplen wollen, aber fürs richtige Aufnehmen, also längeres Aufnehmen, intensiveres Aufnehmen, steht ja hier leider nur ein Schalter fürs Direct Monitoring zur Verfügung. Ich würde mal sagen, da möchten wir doch eine Etage tiefer gehen, denn hier ist Venus schon mal die Möglichkeit den Mix Anteil zu regeln gegeben und ich habe auch zwei Mikrofon Vorverstärker, einfachste Anwendung, ich singe und habe eine Akustik Gitarre, das kann ich nur mit dem hier machen, hier habe ich schon das Problem, dass ich nur einen Mikrofon Vorverstärker habe, also Singer, Songwriter, hier vorne würde ich sagen, Technoproduzenten, Technoproduzenten oder die hauptsächlich elektronische Musik machen, die nur gelegentlich Bedarf haben, nach einer akustischen Aufnahme, die greifen zum UR12, können das auch am iPad benutzen, das nächste, leider geht es nicht am iPad, schade, aber das ist meiner Meinung nach so mal das für den Singer, Songwriter, der wirklich zwei Quellen hat mit Mikrofonen, die er gleichzeitig aufnehmen möchte, wo er auch jetzt nicht opulentes Monitoring braucht, dem dann hier wirklich dieser Mixregler reicht, der kommt hiermit sehr gut klar, mit dem UR22. Ab dem UR242 geht es dann los mit DSP-Effekten, finde ich ganz besonders spannend, dieses Interface für Leute, die ein iPad haben, schon aus den genannten Gründen, denn da kann ich die DSP-Effekte, einen guten Hall, einen guten Kompressor, einen guten Channel-Strip schon bei der Aufnahme mitbenutzen und diesen Effekt auch tatsächlich ins Pfeil hineinschreiben und kann damit so die einen oder anderen doch sehr rudimentären Effekte in den iPad Apps aufwerten. Eine Etage tiefer haben wir dann schon ein Interface, wo man sagen muss, das ist eigentlich schon so ein bisschen ein guten Kompromiss, für den hier das 824 schon ein bisschen zu viele Möglichkeiten hat, denn auch hier kann ich ein paar externe Synthesizer anschließen, hier habe ich auch wieder Kombibuchsen, dass ich also zur Not auch wirklich sechs Quellen hier per Klinke und mit Leinpegel anschließen kann. Ich habe auch schon zwei Kopfhörerausgänge, also das ist schon ein sehr, sehr guter Kompromiss für alle, die ein bisschen mehr Recording-Funktionalität brauchen, aber eben nicht so weit gehen möchten, dass sie hier ein großes 19-Zoll-Gerät mit acht Eingängen, acht Ausgängen adert benötigen. Das UR824, das ist das professionelle Audio-Interface, lässt eigentlich keine Wünsche offen. Einziger Wunsch wäre vielleicht das schon bereits erwähnte Media-Interface. Das ist etwas, was man stationär im Studio in sein Rec schraubt, da bleibt es auch, da benutzt man das. Tolles Interface. Tja, zum Schluss meiner kleinen Vorstellung der UR-Interface, möchte ich natürlich noch auf die Steinberg-Seite hinweisen. Da findet ihr auch die Preise der Interface, das müssen wir jetzt auch noch mal thematisieren. Wie ihr seht, es fängt an bei knapp etwas über 100 Euro. Das UR-12 und 22 liegen preislich nicht so groß auseinander. Von daher würde ich generell allen, die das Interface eben nicht am iPad oder am Telefon benutzen wollen, dann statt zum 12er, zum 22er zu greifen, aus entsprechend schon vorgestellten Gründen. Primär hier die Möglichkeit, das Hardware Monitoring anzupassen. Und dann sind wir gleich schon mit 219 Euro beim 242 und beim ersten Interface mit DSP-Effekten. So, dann steigert sich das. Das einzige Interface, was ich heute hier nicht thematisiert habe, ist das UR-28M. Das hat noch einige Besonderheiten, auf die ich heute hier in diesem Vergleich nicht eingehen möchte. Preislich klar, das teuerste Interface mit 850 Euro ist das 824. Auf der Steinberg-Seite gibt es auch noch eine schöne Möglichkeit, alle UR-Interfaces miteinander zu vergleichen. Ihr könnt euch hier die allgemeinen Spezifikationen von bis zu drei Audio-Interfaces gleichzeitig anzeigen lassen. Alle Infos sind da. Schnittstellen, DSP-Features, Interface-Merkmale, besondere Features. Also wenn ihr da nochmal im Detail Fragen habt, könnt ihr da die entsprechende Information aus dieser Liste ziehen. Ich bin mir sicher, ihr habt jetzt ein besseres Gefühl als vorher, welches dieser wirklich hochwertigen schönen Steinberg-Interfaces für euch genau das Richtige ist. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Bis dahin, make more music mit user talk. Tschüss.